Ich lerne Deutsch. 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 Nummer 163 Nummer 163 Ich bin nicht daran interessiert, über Urlaub, Sport und Politik zu sprechen. Ich bin müde. ich bin nicht daran interessiert über Urlaub, Sport und Politik zu sprechen. Ich bin müde. Ich bin nicht daran interessiert über Urlaub, Sport und Politik zu sprechen. Ich bin müde. Meine nicht interessiert die Gespräche über der Welt, Sport und Politik. Ich bin müde. Lara hat ihre Arbeit im Büro erfolgreich abgeschlossen und freut sich auf ihre Freizeit. Lara hat ihre Arbeit im Büro erfolgreich abgeschlossen und freut sich auf ihre Freizeit. Das Körpergewicht ist ein wichtiger Indikator, um schnell auf krankheitsbedingte Veränderungen reagieren zu können. Das Körpergewicht ist ein wichtiger Indikator, um schnell auf krankheitsbedingte Veränderungen reagieren zu können. Pferdebesitzer sollten darauf achten, dass ihre Pferde täglich mindestens 2 Stunden bewegt werden. Pferdebesitzer sollten darauf achten, dass ihre Pferde täglich mindestens 2 Stunden bewegt werden. Pferdebesitzer sollten darauf achten, dass ihre Pferde täglich mindestens 2 Stunden bewegt werden. Pferdebesitzer sollten darauf achten, dass ihre Pferde trainiert werden. Kleine Reparaturen im Haushalt erledige ich selbst. Kleine Reparaturen im Haushalt erledige ich selbst. Kleine Reparaturen im Haushalt erledige ich selbst. Jalusien auszutauschen ist für mich kein Problem. Sam roblu driebny pobutowy remont. Zamina Jalusie dla mine ne problema. Liegt die Körpertemperatur über 38 Grad Celsius, spricht man bei Erwachsenen von Fieber? Liegt die Körpertemperatur über 38 Grad Celsius, spricht man bei Erwachsenen von Fieber? Liegt die Körpertemperatur über 38 Grad Celsius, spricht man bei Erwachsenen von Fieber? Die Pferde verbringen den größten Teil des Tages auf der Weide. Nachts sind sie im Stall. Die Pferde verbringen den größten Teil des Tages auf der Weide. Nachts sind sie im Stall. Die Pferde verbringen den größten Teil des Tages auf der Weide. Nachts sind sie im Stall. Die größte Teil des Tages auf der Weide. Die Nacht sind sie im Stall. Nachts sind sie im Stall. Zum Valentinstag hat Alexander mir rote Luftballons in Herzform und ein weiteres Geschenk mitgebracht. Zum Valentinstag hat Alexander mir rote Luftballons in Herzform und ein weiteres Geschenk mitgebracht. Na den Svetogo Valentina Alexander prinies meine czerwone, powiträne Kulke u formi Sertze išcze odin Podarunok. Rosi freut sich über ihren Erfolg und die guten Ergebnisse ihrer Arbeit. Rosi freut sich über ihren Erfolg und die guten Ergebnisse ihrer Arbeit. Alfred sitzt auf einer rustikalen Holzbank im Wald. Auf seiner Wanderkarte sucht er den richtigen Weg. Alfred sitzt auf einer rustikalen Holzbank im Wald. Auf seiner Wanderkarte sucht er den richtigen Weg. Das Boot ist mit einem Solarpanel zur Stromerzeugung ausgestattet. Das Boot ist mit einem Solarpanel zur Stromerzeugung ausgestattet. Das Boot ist mit einem Solarpanel zur Stromerzeugung ausgestattet. Das Boot ist mit einem Solarpanel zur Stromerzeugung ausgestattet. Vor dem Fenster ist ein blauer geschlossener Rollladen. Auf der Fensterbank steht ein Blumenkasten. Vor dem Fenster ist ein blauer geschlossener Rollladen. Auf der Fensterbank steht ein Blumenkasten. Vor dem Fenster ist ein blauer geschlossener Rollladen. Auf der Fensterbank steht ein Blumenkasten. Ein Teebeutel ist in einer weißen Tasse. Die Tasse steht auf einer Untertasse. Ein Teebeutel ist in einer weißen Tasse. Die Tasse steht auf einer Untertasse. Wie oft am Tag Zähneputzen empfehlenswert ist, hängt davon ab, was du gegessen hast. Wie oft am Tag Zähneputzen empfehlenswert ist, hängt davon ab, was du gegessen hast. Wie oft am Tag Zähneputzen empfehlenswert ist, hängt davon ab, was du gegessen hast. Der Notausgang befindet sich rechts. Das Schild hängt unter der Decke und ist beleuchtet. Das Schild hängt unter der Decke und ist beleuchtet. Der Notausgang befindet sich rechts. Das Schild hängt unter der Decke und ist beleuchtet. Das Schild hängt unter der Decke und ist beleuchtet. Die Tabletta wird auf der Stelle und bezeichnet. Jetzt sind alle Bücher in der Transportbox. Ich verschließe die Box und stelle sie in den Flur zur Abholung. Jetzt sind alle Bücher in der Transportbox. Ich verschließe die Box und stelle sie in den Flur zur Abholung. Ich schließe die Box und stelle sie in den Flur zur Abholung. Der Anbau von Cannabis ist in Deutschland grundsätzlich illegal. Schon mit einer einzigen Pflanze macht man sich strafbar. Der Anbau von Cannabis ist in Deutschland grundsätzlich illegal. Schon mit einer einzigen Pflanze macht man sich strafbar. Ich sollte nicht zu viele Süßigkeiten essen, aber oft kann ich nicht widerstehen. Ich sollte nicht zu viele Süßigkeiten essen, aber oft kann ich nicht widerstehen. Ich sollte nicht zu viele Süßigkeiten essen, aber oft kann ich nicht widerstehen. Nagellack kann Substanzen enthalten, die den Nagel schädigen und ihn bei häufigem Gebrauch brüchig machen. Nagellack kann Substanzen enthalten, die den Nagel schädigen und ihn bei häufigem Gebrauch brüchig machen. Nagellack kann Substanzen enthalten, die den Nagel schädigen und ihn bei häufigem Gebrauch brüchig machen. Nagellack kann Substanzen enthalten, die den Nagel schädigen und ihn bei häufigem Gebrauch brüchig machen. Nagellack kann Substanzen enthalten, die den Nagel schädigen und ihn bei häufigem Gebrauch brüchig machen. Nagellack kann Substanzen enthalten, die den Nagel schädigen und ihn bei häufigem Gebrauch brüchig machen. Fahr nicht so schnell mit deinem Fahrrad. Fahr nicht so schnell mit deinem Fahrrad. Fahr nicht so schnell mit deinem Fahrrad. Nagellack kann Substanzen enthalten, die den Nagel schädigen und ihn bei häufigem Gebrauch brüchig machen. Griffe an der Wand können Menschen helfen, sich sicher im Haus zu bewegen. Griffe an der Wand können Menschen helfen, sich sicher im Haus zu bewegen. Rutsche an der Wand können Menschen helfen, sich sicher im Haus zu bewegen. Die Umzugskartons sind gepackt. Lara wartet auf den Spediteur, der die Kartons an ihren neuen Wohnort bringt. Die Umzugskartons sind gepackt. Lara wartet auf den Spediteur, der die Kartons an ihren neuen Wohnort bringt. Die Umzugskartons sind gepackt. Lara wartet auf den Spediteur, der die Kartons an ihren neuen Wohnort bringt. Korobки для перемещения упаковані. Lara чекає экспедитора, який привезе ящики на нове місце проживання. Geld durch eine Lupe zu betrachten, hilft nicht weiter. Der Geldbetrag wird dadurch nicht größer. Geld durch eine Lupe zu betrachten, hilft nicht weiter. Der Geldbetrag wird dadurch nicht größer. Geld durch eine Lupe zu betrachten, hilft nicht weiter. Der Geldbetrag wird dadurch nicht größer. Rozгляд грошей через сбільшувальне склоне допомагає. Це не сбільшує сумму грошей. Robert hat mir wieder ein Geschenk geschickt. Ich bin gespannt, was diesmal im Päckchen ist. Robert прислав мені ще один подарунок. Я радий побачити, що в коробці цього разу. Іванов강 Рuperла на дворі. нам посчастило з погодою. Du hast sehr gut gearbeitet. Mit diesen Ergebnissen habe ich so schnell nicht gerechnet. Du hast sehr gut gearbeitet. Mit diesen Ergebnissen habe ich so schnell nicht gerechnet. Jetzt kommen einige Wiederholungen aus den vorherigen Folgen. Tepar kilka powtórów z poporodnich Epizodów. Anni pracuje do pizniej noci za komputerem u domaszniemu ofici. Wasi oczy naprużeni. Jeden Morgen ab 5 Uhr liegt die Tageszeitung in unserem Briefkasten. Jeden Morgen ab 5 Uhr liegt die Tageszeitung in unserem Briefkasten. Jeden Morgen ab 5 Uhr liegt die Tageszeitung in unserem Briefkasten. Wir machen heute die letzten Vorbereitungen für eure Prüfungen. Wir machen heute die letzten Vorbereitungen für eure Prüfungen. Wir machen heute die letzten Vorbereitungen für eure Prüfungen. Sjogodni mi robimo ostatnie przygotowania do waszych e-spitów. Da der Zug verspätung hat, haben wir jetzt mehr Zeit für uns. Da der Zug Verspätung hat, haben wir jetzt mehr Zeit für uns. Da der Zug Verspätung hat, haben wir jetzt mehr Zeit für uns. Aus diesen Zutaten mache ich heute eine leckere Gemüsesuppe. Aus diesen Zutaten mache ich heute eine leckere Gemüsesuppe. Aus diesen Zutaten mache ich heute eine leckere Gemüsesuppe. Die Maschine muss für jeden Arbeitsgang neu eingestellt werden. Die Maschine muss für jeden Arbeitsgang neu eingestellt werden. Die Maschine muss für jeden Arbeitsgang neu eingestellt werden. Ich werde bald auf dem Trainingsplatz sein. Dort treffe ich meine Freunde. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Momentan bin ich noch nicht davon überzeugt. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Momentan bin ich noch nicht davon überzeugt. Wenn wir uns anschauen, was wir in nur wenigen Monaten erreicht haben, können wir stolz auf uns sein. Wenn wir uns anschauen, was wir in nur wenigen Monaten erreicht haben, können wir stolz auf uns sein. Wenn wir uns anschauen, was wir in nur wenigen Monaten erreicht haben, können wir stolz auf uns sein. Wenn wir uns anschauen, was wir in nur wenigen Monaten erreicht haben, können wir uns sein. Es hat geschneit. Die Straßen werden vom Schnee befreit. Vielleicht werde ich ja in diesem Weidenkorb fündig. Vielleicht werde ich ja in diesem Weidenkorb fündig. Vielleicht werde ich ja in diesem Weidenkorb fündig. Deine Idee ist gut. Ich beziehe sie in das Konzept ein. Deine Idee ist gut. Ich beziehe sie in das Konzept ein. Ich beziehe sie in das Konzept ein. Wasche Idee ist gut. Ich beziehe sie in das Konzept ein. War es wirklich notwendig, einen neuen Kreisverkehr zu bauen? Es gibt fast keinen Verkehr. War es wirklich notwendig, einen neuen Kreisverkehr zu bauen? Es gibt fast keinen Verkehr. War es wirklich notwendig, einen neuen Kreisverkehr zu bauen? War es wirklich notwendig, einen neuen Kreisverkehr zu bauen? Es gibt fast keinen Verkehr. Ich beziehe sie in das Konzept, einen neuen Kreisverkehr zu bauen. Ein Junge betrachtet eine Blume durch ein Vergrößerungsglas. Ein Junge betrachtet eine Blume durch ein Vergrößerungsglas. Ich war so müde, dass ich vor dem Computer eingeschlafen bin. Ich war so müde, dass ich vor dem Computer eingeschlafen bin. Ich war so müde, dass ich vor dem Computer eingeschlafen bin. Ich war so müde, dass ich vor dem Computer eingeschlafen bin. Samira weiß, wie man mit Elefanten umgeht. 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 Janira weiß, wie man mit Elefanten umgeht. Es gibt noch eine kleine Korrektur. Ich arbeite mit Bleistift und Lineal. Es gibt noch eine kleine Korrektur. Ich arbeite mit Bleistift und Lineal. Es gibt noch eine kleine Korrektur. Ich arbeite mit Bleistift und Lineal. Es gibt noch eine kleine Korrektur. Ich arbeite mit Bleistift und Lineal. Ich arbeite mit Bleistift oder Lineal. In der Sauna weiten sich die Blutgefäße und ziehen sich bei Abkühlung wieder zusammen. Ich kann mich nicht erinnern, wann mein Mann das letzte Mal eine Pfeife geraucht hat. Ich kann mich nicht erinnern, wann mein Mann das letzte Mal eine Pfeife geraucht hat. Ich kann mich nicht erinnern, wann mein Mann das letzte Mal eine Pfeife geraucht hat. Paul ist auf die Knie gegangen und hat um Rosas Hand angehalten. Paul ist auf die Knie gegangen und hat um Rosas Hand angehalten. Paul ist auf die Knie gegangen und hat um Rosas Hand angehalten. Wofür sind die einzelnen Pillen gut? Ich kann sie nicht auseinanderhalten. Wofür sind die einzelnen Pillen gut? Ich kann sie nicht auseinanderhalten. Wofür sind die einzelnen Pillen gut? Ich kann sie nicht auseinanderhalten. Gibt es Fragen zu bestimmten Themen, die für die Prüfung wichtig sind? Gibt es Fragen zu bestimmten Themen, die für die Prüfung wichtig sind? Gibt es Fragen zu bestimmten Themen, die für die Prüfung wichtig sind? Gibt es Fragen, die für die Prüfung wichtig sind? Die Katze schließt die Augen und genießt es, wenn ich sie bürste. Die Katze schließt die Augen und genießt es, wenn ich sie bürste. Auf diesem Feld werden Sonnenblumen geerntet. Auf diesem Feld werden Sonnenblumen geerntet. Der kleine Junge hat lockiges Haar und trägt ein blaues T-Shirt. Er schaut in die Kamera. Der kleine Junge hat lockiges Haar und trägt ein blaues T-Shirt. Er schaut in die Kamera. Der kleine Junge hat lockiges Haar und trägt ein blaues T-Shirt. Er schaut in die Kamera. Rosalie erklärt ihrem Arbeitskollegen Rolf, wie die App funktioniert. Rosalie erklärt ihrem Arbeitskollegen Rolf, wie die App funktioniert. Rosalie erklärt ihrem Arbeitskollegen Rolf, wie die App funktioniert. Rolf hört interessiert zu. Rosalie pojasnüje swojemu kolesie Rolfu, jak pracuje dodatok. Rolf začiekavleno sluchaje. Wenn dir dieses Video gefällt, dann gib uns bitte ein Like. Jakščo vam podobajecja ce Video, todi, bude laska, postavte nam Like. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann trägst du dazu bei, dass wir weitere Videos für dich veröffentlichen können. Jakščo vi підписali sa na cej kanal, vi do pomožete nam publikuvati більše video dla vas. 修kak